Finde in diesem Video heraus, welcher 4K-Monitor der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Der BenQ EW3270U Dieser 4K-Monitor bietet eine beeindruckende Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und deckt laut Hersteller 95% des DCI-P3-Farbraums ab. Durch die Verwendung der EyeCare-Technik soll er eine geringere Belastung der Augen ermöglichen und so ein stress- und ermüdungsfreies Arbeiten unterstützen. Mit einer Neigungsverstellung von minus 5 bis 15 Grad lässt sich der Bildschirm individuell anpassen. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung des modernen HDR10-Standards, was zu einer verbesserten Darstellung von Kontrasten und Farben führt. Der BenQ verfügt über die integrierte Brightness Intelligence Plus Technik, die einen Umgebungssensor nutzt, um die Lichtmenge in der Nähe des Displays zu erkennen. Dadurch werden die Helligkeitswerte automatisch an eine angenehme Stufe angepasst. Der Sensor kann auch die Intensität der Bildschirminhalte erkennen, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, indem Überbelichten vermieden und Tiefen verstärkt werden. Zusammenfassend bietet der BenQ eine beeindruckende Bildqualität mit hoher Auflösung und HDR-Unterstützung. Die EyeCare-Technik sorgt für eine angenehme Nutzung und der Umgebungssensor passt die Helligkeit automatisch an die Umgebung an. Mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und zusätzlichen Funktionen ist er eine gute Wahl für Benutzer, die nach einem hochwertigen und funktionsreichen Monitor suchen. Der Samsung U28 R55-2UQR Dieses Modell ist ein 4K-Monitor mit einem 28 Zoll IPS-Panel und einer beeindruckenden UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Mit einem Betrachtungswinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal bietet er eine schlierenfreie Darstellung aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Seitenverhältnis von 16 zu 9 und das statische Kontrastverhältnis von 1000 zu 1 sorgen für eine klare und detailreiche Bildqualität. Der Monitor bietet verschiedene Funktionen wie den Gaming-Modus, der speziell auf die Bedürfnisse von Spielern zugeschnitten ist, um die Einstellung zu optimieren. Die Flicker-Free-Funktion reduziert das Bildschirmflimmern und der Eye-Saver-Modus verringert den blauen Lichtanteil, um die Augen zu schonen. Zudem ermöglicht die Picture-in-Picture 2.0-Funktion das Anzeigen eines zweiten Bildes von einer anderen Quelle auf dem Monitor. Zusammenfassend bietet der Samsung ein beeindruckendes 4K-Bild mit lebendigen Farben und einem weiten Betrachtungswinkel. Mit seinen Gaming-Funktionen, der Reduzierung von Bildschirmflimmern und dem Augenschutzmodus ist er eine gute Wahl für Spiele und Nutzer, die lange Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und das attraktive Design machen ihn zu einer empfehlenswerten Option für alle, die einen hochwertigen 4K-Monitor suchen. Der Philips 276E8V JSB-00 Der Philips ist ein 4K-Monitor, der Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung von 3840x2160 Pixeln verwendet. Das Blickwinkel-stabile IPS-Panel liefert scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Eine besondere Funktion ist Multi-View, dies ermöglicht, Inhalte von zwei angeschlossenen Geräten gleichzeitig anzuzeigen. Der schmale Rahmen sorgt für eine nahtlose Wiedergabe der Inhalte und ermöglicht ein maximales Seherlebnis. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern und sorgt so für einen angenehmeren Sehkomfort. Der Monitor ist auch mit einem augenschonenden Low-Blue-Modus ausgestattet, der schädliches blaues Licht verringert und das Wohlbefinden steigert. Zusammenfassend bietet der Philips eine kristallklare Auflösung mit lebendigen Farben und einem Blickwinkel-stabilen IPS-Panel. Mit der Multi-View-Funktion können Inhalte von zwei Geräten gleichzeitig angezeigt werden. Die Zertifizierung mit dem Energy Star 8.0 zeichnet ihn als stromsparendes Gerät aus. Der schmale Rahmen, die Flicker-Free-Technologie und der Low-Blue-Modus tragen zum angenehmen Seherlebnis und zur Augenschonung bei. Insgesamt ist der Monitor eine gute Wahl für Nutzer, die hohe Bildqualität, Energieeffizienz und Komfort suchen. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.